Was geht ab heute? Herzlich willkommen zum kurzen Gameplay von dem neuen Jujutsu Kaisen Game. Wer ein Anime-Fan ist und Jujutsu Kaisen geschaut hat, der wird es auf jeden Fall lieben. Story Mode ist glaube ich. Produziert von Bankai in Amco. Oh lol das ist die Szene ok. Wirk. Hm. Du bist stark also hilf anderen. Hm. Es ist nur... Naja. Mit der Stärkste zu sein, Alter. Es funktioniert wenn er es. Hm. Das ist mir eine Ehre ok. Verwende um seinen Charakter zu wegen. Was? Left... Äh... Left Button. Nice. mich zu treffen. Greife mit X an. Du kannst auch mit Y und B angreifen. Ok. 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 Nice. Dropkick. Oh lol ok. 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 Ok vor 3 Angriffen in Deckung, ne? Nein! Wollte einfach näher kommen, dass er gleich zuboxt, Alter. Da werden wir dann um einen Schritt zu machen, ok? Ok, dann greifen wir an, kein Zurückhalten, ok? Oh lol Oh lol Boah, joa, Junge, Alter, komm! Satoru, Alter, kannst du mal ein bisschen chillen? Wir wissen alle, dass du der Stärkste bist, aber Alter! Oh shit! Alter, wenn er einmal quasi zurückgeboxt hat, hast du keine Chance mehr! Wow! Wow! Ha, wie er fliegt! Das zählt auf jeden Fall keinen Rang S sein! Wie ist das hier, Regeln? Ok! Ja, das ist klar! Gehen wir mal in den nächsten Kampf, oder? Ja! Jep! Vermeide, dass deine Team-Anzeige um 3 Uhr oder irgendwas runtersteckt! Ende des Flugutaus! Vorspann, ok! Der ist keine mehr! Genau! Ja! Als Megui mit dort ankam, wurde das Siegel bereits entfernt und der Flughause, ok! Okay! Dropkick! Hink! Ok! Das ist ein Team-Angriff, Alter! Alter, der Typ boxt mich ja ohne Ende einfach! Jetzt ist es zu Hause! Oh! 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 Wow, okay. Oh lol. Das ist ein brutales... Das ist ein brutales Zehen, alter. Und der Einzige, was ich ihn aufhalten kann, ist halt Satoru. Das ist ein guter Zeitpunkt, eine Frau. Super! Was machst du mit der Menschen's Körper? Du, warum? Nein, das ist mein Körper. Beweg' dich! Was? Du musst dich als Fuch austreiben. Oh no! Geheime Verstreckung wird freigeschalten. Machen wir gleich die nächste Mission. Oh, Spieler, Satoru, okay. Ja, dann machen wir das, alter. Schließe Mission ab, vermeide, dass du irgendwas verlierst. Geheime Verstreckung. Geheime Verstreckung. Ob das, äh, sieh, mit der Keurkampf... Oh no! Ja, das geht. Okay, gib uns 10 Sekunden, dann kommt das wieder sofort wieder zurück. Geheime Verstreckung? Bist du jetzt? Geheime! Geheime Verstreckung? Süß. Geheime Verstreckung! Ja, das geht! Geheime Verstreckung! Die Geheime Verstreckung. Nein, hier sind wir ja... Deine Geheime Verstreckung? Cauf! Kucke, wir können jetzt die Verstreckung! Also wenn er rot ist, muss ich halt aufpassen. Oh la 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 la. Boxt sich, Alter. Ah fuck, wenn er rot ist, muss ich halt aufpassen. Ah ja mal die Führte. Ha. Loll, Mann, was? Oh, lol. Oh, shit. Jetzt ist es knapp. Nein, scheiße, Mann. Okay, lass mich da an. Hat einfach mehr Leben, oder? Okay, lol. Es ist zwar ganz cool, aber vergleiche ich es halt immer mit Burukai Tenkaichi, zum Beispiel. Tenkaichi, Tenkaichi, Tenkaichi. Das war halt einfach der Maßstab, was halt solche Kämpfe angeht, Mann. Mann, Alter, jetzt schaltet sich dieser scheiß Controller schon wieder aus. Könnt kotzen, ey. So, geht gleich wieder, oder? Einsteiger. Juju, siehst. Das ist echt beherrschen, ne? Hm, es ist ein Wunder, dass das alles ist. Jetzt ist immer bitte down. Oh, das ist ein Gefäß. Hm, selbst wenn ein Gefäß ist, muss er gemäß den Tüterbestimmungen hingerichtet werden. Wenn du Fortschritte in dem Match auf deinem erzielst, werden Charaktere auf dem Beziehungsdiagramm freigeschaltet, und das entstehen Beziehungen. Es lohnt sich ab und zu, einen Blick auf das Diagramm zu werfen. Überall gelangst du, okay. Letzter Wunsch, wurde er freigeschalten. Ah, Satoru, Alter. Okay. Oh, das ist ein neues Outfit freigeschaltet. Okay. Gehen wir gleich zum Kampf. Oh, war das einfach nur... Okay. Ah, lol, was? Ich glaube, dass das die Mission ist, in meinem Haus da, äh, wo er mit... Äh, wie heißt sie nochmal? Na, wir haben vergessen, Alter. Eigentlich peinlich, Mann. Guck mal, was noch kurz ist. Hey, hey, hey. Kugisaki Nobara. Genau, Kugisaki. Gehen wir mal schneller weiter. Wir können aber auch das Ganze überspringen. Oh, leh. Oh, leh. Ah Mist, Alter, wenn er nämlich das macht. Oh, okay, das ging schnell. Ich versuche ganz ehrlich, diese Team-Technik zu machen, aber irgendwie funktioniert das nicht. Komisch, aber warum auch immer. Okay. Okay. Achso, ja, jetzt sind wir zu zweit, ne? Also ich spiele jetzt Kuhisaki und habe Yuji als Assistenten. Okay. 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 Bleib mal stehen. Ja, jetzt ist er aber dran. Oder er hat noch ein Leben. Eins hat er wahrscheinlich noch, oder? Boah, Alter. Ja, da rein können sie einfach nur ganz so weg, Alter. Das ist einfach nur weglaufen, Alter. Oh, shit, Alter. Ich muss halt aufpassen, dass dann nichts drauf geht, Alter. Aber Stufe 3, wo ich bin, Gott. Komm her. Komm her. Ja, Boxing hat er oben in der Luft und Boxing gemacht. Ja, komm. Oh, Leute, da kommt's. Und zeigt noch mal die gleiche Technik. Aber die haut halt richtig rein. Was ist jetzt mit ihm, oder noch einmal? Was ist jetzt mit ihm, oder? Ach, was ist jetzt mit ihm spielen, oder? Ja, Alter, komm. Oh, danke. Ja, komm. Oh, ich bin mit ihm. Oh, genau. Ja, ich bin mit ihm. Ja, ich bin mit ihm. Oh, Alter. Okay. Oh, Alter. Ja, ich bin mit ihm. aber ein ding nach unten das war doch jetzt kein team angriff oh doch das war das ist oh okay das mit dem unterrichtel funktioniert teilweise nicht zumal das sehe ich seit ne ganze zeit also nehmen wir dass es nicht so gut klappt beziehung gestärkt die mission ist vorbei also meine es ist ja sowieso für die leute die was geschaut haben ende des fluch uterus und da geht es dann weiter so freunde das war's mit dem video hoffe es hat euch gefallen was ihr mehr sehen wollt schreibt es in die kommentare lasst ein like da dann weiß ich das ist auch das ist nicht umsonst mache sondern dass ihr auch spaß daran habt also bis zum nächsten mal ciao